Als erstes wird der Stamm nach Rissen und Schadstellen untersucht und dementsprechend genau markiert. In diesem Fall sollte hier eine Figur gesägt werden, sodass am Stamm noch weitere Markierungen vorgenommen werden mussten. Hilfreich sind hier Vorlagen, auf die man immer zurückgreifen kann. Denn wenn einmal etwas abgeschnitten ist, ist es auch abgeschnitten. Anfangs wird er noch grob das Material weggeschnitten. Der Profi weiß genau, wo er die Säge ansetzen muss und wie weit er den Schnitt setzen darf. Die Sicherheits- und Schutzausrüstung ist hier natürlich Pflicht. Und wenn im Gehörschutz noch ein Radio mit eingebaut ist, macht es doch doppelt so viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018